Um warm zu werden, da ich das Spiel die letzte Woche nicht gespielt habe, wegen Alan Wake. Gehen wir erstmal hier rüber und schauen, wie die Steuerung nochmal funktioniert. Also mal warm werden. Und hallo, Driver. Oh, auch noch diese starken Viecher. Oh, scheiße. Okay, schauen wir mal. Das kriege ich noch hin? Aus welchen ist das? Okay, ich habe die Steuerung da drin. Easy. Hallo, Dark. Erstmal Nebenquests machen. Ja. Mit Bravour. Was? Ja, ich bin auch müde. Das war jetzt sehr random. Wir haben es geschafft. Ich bin so müde. Das heißt, es ist nur auf der Map noch offen. Ich glaube, ich habe diese komischen unsichtbaren, also diese komischen Zeitaufgaben. Die mag ich überhaupt nicht. Bin ich echt kein Fan von. Noch diese Midtown, also in Midtown und diese Jägerdrohnen. Die könnten wir noch machen. Das hier scheint Symbion. Das scheint auch neu zu sein. Also ein paar Sachen können wir auf jeden Fall nur machen. Außer diese komischen Zeitaufgaben. Die mag ich überhaupt nicht. Bin ich kein Fan von. Das setzt mich so unter Druck und Stress. Mag ich in keinem Spiel. Ich habe das im vorherigen Teil, habe ich diese Zeitaufgaben gemacht. Weil ich Platin gemacht habe, aber... Ach, nee. Mache ich in dem Teil nicht. Das ist mir zu doof. So, was ist das? Ich wollte eigentlich zu nehmen auf der... Der ist einmal zu haupt. Dann machen wir halt Teilnehmaufgaben. Oh, Gottes Willen. Oh, ich liebe ihn einfach. Oh, ich liebe ihn einfach. Stopp, Harry. Wir können dir helfen. Oh, nein. Oh, nein. Bitte nicht. Ja, ich glaube, wir haben ein Problem. Das werden wir gleich herausfinden. Ja, Mau. Du musst wissen, Harry gibt es nicht mehr. Wird uns im Beyond-Sinn perfekt verschmolzen. Mh, The Darkness. Sag mir was. Ich glaube, das ist nichts für Twitch, ja. Ich glaube, da war zu viel Nacktheit. Du kannst den Symbionten noch stoppen. Wie? Indem du den Wirt tötest. Bitte. Rette meinen Jungen. Ja. Tötet ihn, rett ihn. Was ist denn jetzt? Das war so viel Gore. Ja, ich glaube, das ist auch ein Problem für Twitch. Ja, zu viel. Oh, das sieht ja voll schön jetzt hier aus. Ja. Ja, okay Ich mag den Spider-Man-Teil sehr Er ist schön düster Oder? Mir gefällt's Schön düster und Apokalypse Geil Ist gut Was ich nicht so gut finde Überall Gegner Ähm So Oh, ich sehe gerade Die Karte hat sich übelst verändert Krass Äh, ich wollte eigentlich hier rüber Schau mir mal Oh, die Musik dabei auch noch Gesundheit? Nee, ich muss die ganze Zeit husten Meine Stimme ist sehr am Arsch Oh mein Danke trotzdem Er sieht sehr einladend aus hier Wenn ihr diesen Podcast hören könnt Und euch noch in Manhattan befinden Bleibt wo ihr seid Versiegelt alle Fenster Nagelt die Türen zu Verlasst auf keinen Fall eure Wohnungen Die Rettungskräfte organisieren Notfallevakuierungen Und fiest verteilt Essen und Überlebensausrüstung Online findet ihr die aktuellen roten Infos Wenn ihr von Leuten wisst, die Hilfe benötigt Oh, jetzt hätte ich sie aus Versehen unterbrochen Oh, ne Kiste Nimm mal her damit Willst du ne Tasse Tee mit Honig entstellt? Ja Dann machen wir jetzt erstmal die Nebenaufgabe hier Stimmt, müssen wir nicht dann hinterher fliegen Sieht schön aus Das ist fast alles zugeklärt, also mit schwarzem Zeug Sieht voll schön aus Man muss noch mehr Daten über Cravens Ziele haben Oh Gott, die Steuerung gerade wieder Ja 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 Alter Da sind doch mehr Daten Verdammt Wenn ich die nicht kriege, finde ich die Ziele nie Verdammt Und ist wohl fertig Danke für die Daten So, jetzt haben wir es Ja, das wäre cool, Iron Das wäre wirklich sehr cool Benjamin Salazar Aha 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 Genau daran dachte ich auch, Chloe An Slytherin Ich wusste immer, dass Ben ein Slytherin ist Ho fam How Aha 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 Ja Aha 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 Va Ich hel 到 Ich hel Ich hel Oh, da brennt es unten. Ich glaube, das machen wir mal zuerst. Bestimmt wieder diese Fanatiker. Oh, oder auch nicht. Ich habe mich gar nicht gewundert, weil mir ein Bär ist, Alter. Aua! Mein Leben! Mein Leben! Oh, ich bin voll überfordert gerade. Okay, den habe ich. Den Schweinebärmon. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht. Boah, ich habe es irgendwie überlebt. Ich weiß nicht, wie. Wie viele Jäger sind noch in der Stadt? Zu viele. Links, rechts. Der Bot am Austeilen. 1%. Oha. Alter, 1% und Brauni kriegt noch Schläge. Ich finde das lustig. Das geschieht dir recht, Brauni. Immer den Bot auf mich jetzt, ne? Ja. Ja. Sie fragen sich bestimmt, seit wann ist das hier ein... Was? Seit wann ist das hier... Ja gut, wurde er wieder unterbrochen. Oha, Ben. Das macht gebührlich, ne? Ich habe noch Zeit. Mit den Daten der Drohne sollte ich Cravens jüngste Jagd stoppen können. Okay, das war cool. Okay, das war cool. Er ist nicht cool. What? The fuck? Ja gut, da bin ich jetzt voll dagegen geknöckelnd in diese Scheißranke. Okay. Da, darf ich nun mal oder nicht? Ich habe noch Zeit. Okay. Mit den Daten der Drohne sollte ich Cravens jüngste Jagd stoppen können. Ich muss auf diese doofen Ranken aufpassen. Das ist der Nachteil daran. Die behindern meinen Schwungfluss. Oder so. Hüftschwung? Schwungfluss. Ja, was soll ich dazu sagen? Oha, das ist ja echt ätzend hier. Ja, mach mir noch mehr Druck. Scheiße. Der Datensatz sieht komplett aus. Geschafft. Boah. So, wen haben wir jetzt? Was? Den Daten nach ist diese Person seit zwei Jahren tot. Okay. Immer noch Augen am Himmel. Ich muss Cravens Spielzeuge runterholen. Runterholen. Ha, 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 ha. So, den hätten wir auch. Dann gehen wir erstmal hier hin. Hat sich ja einiges gesammelt. Emotional Damage. So sieht er aus. Oh, ne Kiste. Boop. Oh, ne Kiste. Stimmt, das Nest. Oh, das war doch mal so ätzend. Oh, okay, dann mal los. So ein Nest aber auch. Stimmt, ich muss ja überleben und so. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Okay, den Ding haben wir. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 Oh. Unglaublich! Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, die Leute liegen hier auf dem Boden. Einfach mal kaputt machen, warum nicht? So, hier ist noch so ein Vogel. Die Wände, sondern grün Schleim ab. Habe ich das gerade richtig gesehen, im Augenwinkel? He he. Anzüge. Oha. Neuer Anzug. Zeigt Technologiekiste auf deiner Minimap an, erhöht die Höhe des Spidersprungs und die Distanz des Spidersprungs. Ich glaube, ich mache das hier unten. Und das kann ich nicht mehr machen. Verdammt. Boah. Okay. Ich will den haben, holy shit. Boah. Oh, das sieht ja geil aus. Ich habe leider nicht genug Punkte. Heftig. So, Fähigkeiten hatte ich alle Punkte eigentlich, ne? Ja. Ja. Haben wir alles, haben wir alles fertig. Okay. Oh. Hey. Ich bin noch mal in der Kapitel. Oh. Das ist ja cool. Gute Nacht, ist gute Nacht. Easy. Also wir wollen ja weiter. Ich mag das voll, dass man dann sieht, dass er, wenn er seine Venom-Kräfte einsetzt, dann hat er diesen weißen Anzug an, das wäre cool. Das heißt, ich brauche den gar nicht tragen. Wir sehen ihn oft genug. So. So, jetzt wird es wieder stressig. Ich muss genug Daten bekommen, bevor der Vogel sein Ziel findet. So. 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 So süß sie auch sein mögen. Sie müssen weg. Noch 50% übrig. Die Mama wird gleich echt sauer. Das ist ja ihr Problem. Ich muss all deine Daten auslesen. Gib mir deine Daten. Verdammt, wenn ich die nicht kriege, finde ich die Ziele nie. So, okay. Ich fand ihn davor ein bisschen stressiger. Sag ich auch immer zu meinem Stress-Server. Vor fünf Jahren verstorben. Das Ziel ist vor fünf Jahren gestorben. Das sind doch keine Datenfehler. Kraven war hinter Toten her? Okay, jetzt wird's langsam seltsam. Das ist seltsamer. Das ist wirklich sehr komisch. Und deswegen machen wir die Aufgaben, damit wir herausfinden, wieso. So, abgeschlossen. Oh. Da gibt's auch noch was zum Sammeln. Yay. Mysterio-Spider-Bot. Perfekt. Husky Puppies. Was? Was? Wär das gemeldet? Diese Leute kommen gegen die Symbionten nicht an. Wow, 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 wow. Keine Sorge, Leute. Ich hol euch hier raus. Ich hol euch hier raus. Ja. Ja. Alles gut. Alles fürs Erste. So, dann ist hier einer auf der Brücke. Ich brauche eh diese Marken von den ganzen Aufgaben. Das Blöde ist, das fehlt mir dann halt von diesen Zeitaufgaben. Die bräuchte ich eigentlich auch. Entführung. Oha, Dark? Also Platin machen? Ja. Weiß nicht. Ich störe doch nicht. Niemals. Husky. Ich habe früher sehr viele Truffees gesammelt. Auch von Spielen, wo ich eigentlich gar keine Lust mehr hatte. Das, ja. Ja. Danke für die Hilfe. Ich will nur mit dir mithalten. Diese Spaten, ey, wirklich. Und ich seh, hier sind nur einige Nester, oh Gott. Hallo Regresus. Ist das jetzt oben oder unten? Untersuche Sender. Äh. Okay, das ist irgendwie in der Zwischenebene, kann das sein. Ich bin verwirrt. Wir tragen Koffer, wir tragen Koffer, was? Ich seh jetzt nicht, wo das sein wird. Hm. Ach, da in der Mitte, wow. Nein, bleib hier. Boah, das war ja jetzt sehr unübersichtlich. Ich kann die Leute nur retten, wenn ich genug Daten von der Drohne habe. Äh, wo fliegst du jetzt hin? Zurück in den Windschatten. Ich muss sie einholen. Warum kann es nicht mal einfach sein? Die Mama wird gleich echt sauer. Nächstes Mal muss ich ausweichen. Oh Mann! Zu viel Widerstand zurück in den Windschatten. Alter! Du hast ja richtig ätzend. Ich komm grad mit denen gar nicht klar, holy fuck! Der ist 50% heruntergeladen. Ja. Aber ich bin noch im Rennen. Scheiße! Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen, ne? Ja. Ja. Hm. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen, ne? Ich bin noch ausgeglichen. Wenn ich sie nicht stoppe, findet sie Cravens Ziele. Noch einen Moment, dann habe ich alle Daten. Alter! Oh, komm! Oh, das war so anstrengend gerade mit der. Mann! Jetzt muss ich das nochmal machen. Okay. Ah, jetzt kennen wir die Kackrute. Mehr oder weniger. Und ich muss vorher ihr Kindchen killen. Ich muss die Dinger ausschalten. Vögel mit schweren Waffen? Wieder so eine Laune der Evolution. Erst 50% heruntergeladen. Ah, das brennt! Der Anzug hält die Hitze nicht aus! Noch einen Moment, dann habe ich alle da. Ach, hey, immer im letzten Moment, ne? Nein! Oh, er kommt da nicht hin! Er kommt da nicht hin, du Arschloch! Meine Güte! War der so scheiße! Der war der nervigste bis jetzt von allen. Hallo, Verjungen! Hallo, Duri! Hallo, Pierre! Bis dann, Pierre! So, das war sehr nervenaufreibend gerade. Wie viele von diesen Vögeln haben wir eigentlich nur eins? Einen haben wir noch. Da oben. Und noch ein paar Nester. Das machen wir auf dem Weg dorthin, dann haben wir das auch alles. Ich brauche mal. Oh, fliegst du denn bitte hin? Die wollen euch essen. Alter, Ben, was zur Hölle? Die wollen euch essen. Okay. Dankeschön. Toll, ich verkack hier gerade. Dankeschön, Ben. Verdammt. Dankeschön für die 4.69 Bits. Das hat mich nicht erschreckt, das hat mich jetzt aber getötet. Ich war gerade voll verwirrt. Dieses Gude erinnert sich nicht fürs Erschrecken. Ich war jetzt auch gerade sehr konzentriert. Und der Kampf war sehr laut. Das hat nicht funktioniert, also haben wir uns geklärt. Das hat nicht funktioniert, also haben wir uns geklärt. Das hat nicht funktioniert, also haben wir uns geklärt. Oha. Rhino. Spiderman. Mitten im Spiel ist dieses Zeug noch ein Nest. Echt, ich habe nichts geklärt. Untertitelung des ZDF, 2020